Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch kurz unsere kleine, kompakte Belüftungspumpe, die JZ501, vorstellen. Die handelt sich um eine kleine, kompakte Pumpe. Wie ich schon gesagt habe, betrieben wird sie mit einer Mono-D-Batterie. Einfach hinten aufschrauben, Batterie einsetzen. Die Pumpe verfügt über einen Dichtungsring, damit alles geschützt ist. Zusätzlich verfügt sie über zwei Stärken. Sie hat 1 Liter Fördermenge und im Lieferumfang ist der Belüftungsstein dabei mit einem langen Schlauch. Das reicht auch, um die Pumpe mit High-Clip wieder außerhalb vom Eimer zu platzieren und den Schlauch dann zu der Fische in Behälter setzen. Super Preis-Leistungsverhältnis diese Pumpe. Die JZ501 Belüftungspumpe von Jensi. Erhältlich bei eurem Tackle-Dealer. Probiert es mal aus. Viel Erfolg am Wasser. Bumpe mit High-Clip. Belüftungspumpe von Jensi. Erhältlich bei mir aus. Viel Spaß. == Schlauch. Ich bin auf Jesper Barsch. Wie bist du im Kloppen im Kloppen. Ich bin auf jeden Fall. Wie bist du im Kloppen im Kloppen im Kloppen im Kloppen. Ich bin auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020